so inszenieren wir kurz mal eine kleine raubtier fütterung um das cat pack mal vorzustellen das eventuell ein neues zuhause sucht hier vorne haben wir die resi da vorne haben wir die dori da haben wir die mira und da haben wir die fahrer und die vier sind kleine schwesterchen die zusammen zu mir gekommen sind wir sind sterilisiert wir sind super die wissen sich zu benehmen diese mega sensibel ja und die suchen unter umstand ein neues zu hause also wenn ich es bis ende april schaffe eine neue finca zu nehmen wo ich die zu finden wo ich die mitnehmen kann dann wird mir das eine solche freude sein die noch ein weilchen länger zu behalten und bei mir zu haben aber wenn das halt eben nicht der fall ist dann kann ich die verantwortung einfach nicht mehr weiter tragen und gewährleisten und dann ist es glaube ich für uns alle besser wenn man ein neues zu hause für die katzes finden und wer da interessiert ist entweder zwei zu nehmen also ich würde sie ja total gerne zusammen lassen aber ich gebe es auf jeden fall höchstens paarweise ab definitiv nicht einzeln sie sollen auf jeden fall einen noch bei sich behalten dürfen jetzt ist wahrscheinlich wieder entschuldigung dass das so rauscht zwischendurch das ist der wind und wenn dir meine videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest dann freue ich mich immer wieder daumen nach oben kommentare und wenn meine videos geteilt werden und wenn du mir ein obolus da lassen möchte und der video beschreibung meine bankverbindung da dann